Deutscher Fruchtpreis 2024 Eine gut besetzte Abteilung mit freundlichen Mitarbeitenden und optisch vom gesamten Ladenbau her eine Top-Adresse. Bei einer solchen Bilanz der Fruchtpreis-Jury bleiben keine Wünsche offen. Mit dieser Leistung hat sich das Team der Obst- und Gemüseabteilung des Markts von Edeka Paschmann in die Reihe der Bundespreisträger beim Deutschen Fruchtpreis 2024 gebeamt. Es nennt sich Paschmanns Früchtehaus. Im Markt der Weseler Straße in Mühlheim an der Ruhr präsentieren sechs Mitarbeitende auf einer Verkaufsfläche von 300 Quadratmetern rund 510 Obst- und Gemüsesorten in super Qualität. Gepflegt und in einer Optik, die begeistert. Großformatige, stylische Bilder von Obst- und Gemüsesorten vermitteln hier ein Lifestyle-Feeling. Die Schwarz-Weiß-Gestaltung der Wände vermitteln den Eindruck der Hochwertigkeit. Doch auch inhaltlich punktet die Abteilung. Da gibt es selbstproduzierte Convenience, stille Verkostungen in blitzsauberer Präsentation und vor dem Portamat eine extrem gute Platzierung für lokale Produkte. Warenkunden informieren besonders über Exoten und Pilze. Eine Abteilung des großen Auftritts, in der jeder Kunde gerne einkauft und noch ein wenig länger verweilt, als er eigentlich vom Einkaufszettel her wollte und müsste, lobt ein weiterer Fruchtpreis-Juror nach dem Beurteilungsbesuch. Der Erfolg gibt dem Konzept um Yasin Yaman als Revisor für Obst und Gemüse recht. Der Umsatzanteil der O&G-Abteilung am Gesamtfood-Umsatz beträgt 11,2%. Der Bio-Anteil in diesem Markt in Mühlheim an der Ruhr beträgt gut 10%. Der Anteil an regionaler Ware 11%. 11,5% Fresh Cut gehen in diesem Edeka-Paschmann-Standort durch die Kassenzone. Herzlichen Glückwunsch an Heinz-Wilhelm Paschmann und das Obst- und Gemüse-Team um Yasin Yaman. Der Markt Edeka-Paschmann in der Weseler Straße in Mühlheim ist Bundessieger des Deutschen Fruchtpreises 2024 in der Kategorie Verbrauchermarkt.